Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video Let's Play World of Warcraft mit unserem Paladin und ja es ist endlich wieder so weit wir spielen wieder mit unserem Paladin wir haben jetzt glaube ich sieben Monate kein Let's Play mehr hochgeladen zusammen hier mit dem Paladin und das muss sich natürlich jetzt mal ändern ich habe hier noch eine Quest und die werde ich jetzt gleich mal machen. Ja sieben Monate kein Let's Play mehr hochgeladen das ist schon eine gute Zeit und dann dachte ich mir jetzt muss einfach wieder ein Let's Play rauskommen denn das kann es ja eigentlich nicht sein dass wir hier auf Azeroth den guten Tiritor in Stich lassen unseren Paladin den wir erstellt haben und gemeinsam eben hochgezockt haben bis Stufe 10. Ja wir sind schon ziemlich hoch nochmal um das ganze hier zusammenzufassen wir spielen ja ohne Erbstücke also ohne Items die dein Level eben verschnellern deine Level Phase beschleunigen das heißt wir haben aber auch kein Reittier man kann ja ab Stufe 1 schon ein Reittier haben beziehungsweise ein Chopper haben und auch diesen Spaß wollen wir uns natürlich nehmen lassen und sagen ja wir sind richtige Azeroth Krieger beziehungsweise um das genauer zu sagen Paladine die einfach sagen wollen wir möchten hier jetzt weitermachen ohne ein Reittier und ohne weiteres was uns schneller voranbringt. Ja um das ganze nochmal eben anzusprechen die Grundidee dahinter ist einfach dass man ein bisschen mehr sich ins Spiel vertieft und ja das schöne den Weg quasi die Level Phase ein bisschen genießt und als Mittelpunkt eben macht zum Mittelpunkt macht. Ja gut jetzt ist es halt natürlich so wir haben hier letztens schon eine Quest angenommen das ist halt natürlich sieben Monate her aber es gibt irgendwann wieder den richtigen Zeitpunkt und ich denke einfach der ist wieder gekommen hier ein Let's Play aufzunehmen. Ich habe das denke ich schon das ein oder andere Mal thematisiert dass ich einfach dann aufnehme wann ich Bock habe und jetzt ist einfach die Zeit wieder da und ich muss natürlich auch sagen ich habe das Ganze so ein bisschen übersehen aber ich denke euch stört das auf keinen Fall denn ihr seid ja sage ich jetzt mal sehr flexibel was meine Videos angeht das habe ich in letzter Zeit auch schon bemerkt und von daher wir kämpfen hier gegen Spione der Dunkeleisenzwerge. Da müssen wir fünf Stück davon töten und die haben wir jetzt so ich mache hier mal das Questlog auf der Seite auch auf damit wir sehen Angriffspläne der Dunkelzwerge. Okay wir müssen einen Angriffsplan nämlich an zerstören oder aufglauben schauen wir einfach mal am besten hier rein der wird sich hier unten irgendwo verbergen. Ah nicht einmal wir müssen den Hauptmann Bell töten dass wir diesen Plan eben bekommen da bin ich jetzt schon mal gespannt hier drüben ist nämlich eine Schatzkiste der Dunkeleisenzwerge das passt vielleicht doch ganz gut da mit Battle for Azeroth ja die Dunkeleisenzwerge dazu gekommen sind. Meiner Meinung nach auch eine sehr tolle Rasse denn man muss ja auch mal dazu sagen die Alert Races die nehmen sich ja nicht viel hier haben wir die Angriffspläne der Dunkeleisenzwerge und das machen wir auf das ist natürlich eine Random Kiste. Die ist denke ich jetzt etwas seltener da schauen wir einfach mal rein und wir kommen Level 11 das ist doch mal schön oder ist das nicht mal schön. Und wir haben auch eine Hose bekommen mit 4 Ausdauer die ziehen wir an jetzt schauen wir gleich mal optisch ob sie sich auszahlt ja da kommt mir wieder der Satz wie viel ist dein Outfit wert in den Kopf ja jetzt natürlich ein bisschen mehr aber um auf das Thema zurück zu kommen denn ich möchte das ja auch noch abschließen ich finde die verbündeten Völker die nehmen sich an sich nicht viel viele schauen gleich aus sind halt ein bisschen verändert so man merkt natürlich an der Animation wie sie sich bewegen teilweise. Ja ich sage jetzt mal dass sie halt schon einigen Rassen schon ähneln zum Beispiel ja bei den Dunkeleisenzwergen kann man das ganz gut beobachten es sind einfach Zwerge die ein bisschen recolored worden sind was ich meiner Meinung nach jetzt aber auch gut finde denn es ist schon cool wenn man sich die freischalten kann viele meinen ja das ist nicht so eine gute Idee weil man halt im Endeffekt ja nicht wirklich eine Veränderung sieht oder bekommt. Aber ich finde das ganz cool wenn jemand den Ruf gegrindet hat dass er damit so ein bisschen belohnt wird ist natürlich halt die Frage ob sich das Ganze lohnt aber für so Leute wie mich ich sehe sowas ich habe ein Augenmerk dafür und ich sehe das alle Male dass ein Dunkeleisenzwerg ein Dunkeleisenzwerg ist und der Zwerg hier ein normaler Zwerg ist. Das ist natürlich die Frage was ist besser was ist schlechter aber ich denke das muss man natürlich nicht in Frage stellen das nehmen wir natürlich auch nicht zu unserem Thema da gibt es sicher einige Philosophen in den Kommentaren von euch die da vielleicht ein bisschen mehr Knowledge haben und darüber mehr reden können. Wir sind allerdings jetzt hier weiterhin beschäftigt ich kämpfe mich hier so ein bisschen durch es bringt ja immerhin Experience wir haben hier jetzt schon 19% wieder also 81 EP ja insgesamt müssen wir ja schon einiges vollfüllen um die nächste Stufe zu erreichen aber ist es nicht schön an Let's Play zu beginnen und einfach mal Level Up zu kommen. Also das war jetzt für mich auch ganz random ich habe auf die EP-Balken gar nicht so geachtet und hier bekommen wir Dunkeleisen Stahlsohlenstiefeln also wer auf diesen wer hier noch einen Reim finden würde der wäre Hammer das ist schon ein sehr langes Wort da ist auf jeden Fall Potenzial an alle Lyriker wo schaust du hin schon besser so und jetzt machen wir erstmal die Stiefeln da rein und das passt ja gut zum Bart oder ja der Kombinationsboss okay ich sollte aufhören mit so Phrasen okay ich würde aber sagen wir gehen hier rüber und nehmen mal der vermisste Pilot an denn ich denke wir sind hier langsam ja durch mit dieser Welt mit der Schneewelt die möchte ich jetzt erstmal eben nicht mehr weiterspielen ich würde gerne hier so ein bisschen weiter marschieren einfach mal für den Let's Play Part man muss auch dazu sagen man kann im schlimmsten Fall hier wenn man hier drüber fährt sieht man ja na da bin ich jetzt falsch Moment ah hier sind wir zu Hause und zwar wenn man hier drüber fährt dann sieht man immer die Stufen und dieses Gebiet ist halt dann von Level 1 bis Level 20 wenn ich mich recht entsinne von daher können wir ja noch das ein oder andere eben nachholen wenn wir uns entscheiden von hier weg zu gehen aber erstmal würde ich gerne durch die Höhle laufen und ein bisschen ja das Gebiet wechseln einen kleinen Tapetenwechsel hier vornehmen hier kracht auch schon alles ein wenn wir hier reintreten ist ja nicht so als würden wir jetzt naja was soll ich sagen wir wiegen sicher nicht viel und wir sind auch nicht sehr groß als Zwerg also da ist schon wieder die Fantasie im Spiel würde ich sagen und ja wichtig ist einfach in WoW dass man mal hier kriegen wir sogar eine Waffe oder halt ja einen Umhang schauen wir mal da wäre die Waffe natürlich lohnenswerter und ja gut ja Fantasie lässt grüßen ja wir müssen hier nochmal zurück jetzt war ich ein bisschen unaufmerksam ich muss schon sagen was ich noch eben zur Musik sagen wollte man kann Musik also man kann ja die Musik hier im Game eben einstellen und ich finde man wenn man möchte es ist nicht verkehrt einfach mal hier die Musik aufzudrehen beim Spielen das ist auch schön wirklich also die ganzen Orchester die Blizzard hier hat top oder da braucht man keine No Copyright Musik mehr die man im Hintergrund abspielen lässt so wie Alan Walker die sich mittlerweile auch so oft spielt dass man sich noch fragt ob das nicht bald mal so eine Art Fahrstuhlmusik werden könnte so auf Low Joke Basis und wow wir haben sogar eine aufgewertete Waffe bekommen womit wir dann natürlich gleich mal diesen Schneeleoparden besiegen können ja hier haben wir sie die ist jetzt blau für die die es nicht wissen hier den Bären nehmen wir uns auch mit oh das ist sogar den Bären den wir töten müssen wir müssen seine räudige Klaue bekommen also für jene Anfänger oder was auch immer die es nicht wissen diese Quest Gegenstände können eben aufgewertet werden und ja ich bin mir sicher dass einige von euch das nicht wissen aber auch nicht nur Anfänger sondern ihr seid sicher auch so also so ein paar von euch sind locker so ein bisschen faul und laufen einfach nur Dungeons und bei denen zog das wahrscheinlich ziemlich vorbei aber wir haben hier Morris Schalthebel das ist natürlich cool wenn man mit einem Schalthebel kämpft das macht so ein Paladin halt auch man kennt das man braucht ja kein Schwert oder einen Streitkolben es ist immer wichtig weil man einfach mal einen Schalthebel dabei hat so wirkt man natürlich auch gleich furchteinfühlsamer wenn es um Gegner geht und hier bricht schon wieder ein ich schwör das triggert mich jetzt schon das kann jetzt dann auch mal aufhören ja ich kann mir auch vorstellen dass hier oben irgendwas nicht so gut gebaut worden ist ist ja schon sehr alt hier oder ja okay schließen wir ab mit dem Thema bevor ich mich hier wieder in irgendetwas reinrede also wir geben hier jetzt die Klaue ab und bekommen eine Hose die noch mal viel besser ist ja nice okay die ziehen wir uns natürlich auch an hier hier geht heute alles richtig flockig Hammerfußplatten okay blablabla oh oh ja das passt ja gut ja ja haben wir gleich ein ganzes Set an ja so ich denke es geht hier weiter jetzt wir müssen hier jetzt erstmal durchlaufen und Statusbericht des des südlichen Tors abgeben ja das haben so Zwerge an sich die laufen hier einfach Kilometer weit und hier ist es schon wieder ist es bricht schon wieder hier etwas ein hier stürzt ja gleich alles ein wir bekommen hier auch immer ein bisschen Ruf das ist auch ganz cool das kann man natürlich einfach mal mitnehmen ihr kennt das ja vielleicht in einem MMO wenn man einiges sammelt dass man hier einfach mal dann am Ende so flext und hier so auf Rufraktionen geht okay in meinem Fall ist das natürlich eher suboptimal wenn man sagt jo ich bin Eisenschmiede auf wohlwollend also diesen Dickvergleich den holt man dann natürlich mit seinem 120er Main geboostet raus und da da läuft das dann schon etwas besser würde ich sagen und wohl angemerkt finde ich es nice wie die Haare hier so wegfliegen mich wird das ja triggern mit so einem Bart zumal beneide ich aber auch den Zwerg das muss ich zu seiner Verteidigung auch sagen denn so einen Bart würde ich auch gern haben aber das ist denke ich ein anderes Thema und ja ein anderes Thema ja so dann haben wir hier den Hauptmann Rugelfuß ja da gehen wir das gleich mal ab und schauen was bekommen wir denn hier Stein Stampfer also jetzt haben wir uns gerade die Dunkel Eisen Sohlen geholt und jetzt brauchen wir den Stein okay komm komm regen wir uns nicht auf das ist schon wieder so typisch First World Problems auf Azeroth himself ja ich meine das ist so eine Quest jetzt da töten wir jetzt ganz trocken so zwölf Trocks und ja müssen halt deren Zähne eben sammeln um das Ganze zu simplifizieren und das werden wir natürlich auch machen und wir kommen auch noch ein Level ab und ich denke in der Folge geht sich das Ganze auch noch aus ja so ein kleiner Laufweg natürlich aber ist doch wunderschön ich meine diese Sterne ich muss schon sagen ich interessiere mich für Astrologie schon ziemlich also Sterne an sich ist ein ganz ein schönes Thema ich meine es ist viel umfangreicher als nur Sterne aber im Endeffekt wisst ihr denke ich was ich meine und hier ist ein Schaf ja das passt natürlich zum Thema ich glaube wir müssen hier rein das Schaf hat mich gerade so ein bisschen abgelenkt ist okay ich bin ja ein Tierliebhaber aber von daher nehme ich es dem Schaf jetzt auch gar nicht so übel kleiner Funfact wie ich damals immer Krieger gespielt habe dann habe ich immer angecharged aber habe die Tiere nicht umgebracht also da müsst ihr mal in Sachen Nachhaltigkeit von mir noch einiges lernen so und jetzt killen wir die einfach mal ihr könnt mir in die Kommentare schreiben wer auch immer so lange zusieht aber so manche von euch sind fleißig das muss man euch einfach mal lassen ob ihr eben Veganer seid Vegetarier oder ob ihr euch denkt so ja fettes Schweinenackensteak in den Ofen und dann ja wird man dich loben ja für diesen Rhyme könnt ihr mich natürlich auch auf meinen Social Medias kritisieren damit habe ich kein Problem möchte ich jetzt gleich mal so gesagt haben zu meiner Verteidigung und ja es geht es geht einfach richtig gut ich muss eins muss ich wirklich lassen im Let's Play ich merke wir kommen voran und das ist auch die Sache die ich mir oft gedacht habe in so einem Let's Play dass man irgendwann mal wo hängen bleibt und dass es dann so ein bisschen unmotivierender wird auch zum Zuschauen und hier haben wir eine Kupferader die bauen wir natürlich ab wie ihr wisst haben wir einen Beruf gelernt und ja aber wie gesagt zu dem ich muss sagen wir sind Stufe 12 es kommt so viel was mich gerade irgendwie wieder ablenkt und vom Thema abbringt denn wir haben auch hier Hand der Abrechnung bekommen das heißt ich kann jetzt hier einen Mob einfach so zack spotten ich schreie ihn an und er fühlt sich getriggert wahrscheinlich in seiner Sprache ja etwas vulgär wir können es natürlich nicht verstehen aber um auf das Thema zurückzuführen meine ich natürlich es ist eben so ich denke mir es wird nicht so langweilig also ich habe so das Gefühl das geht richtig zackig runter und von daher das macht schon mal wieder richtig Bock und wir haben jetzt noch vier Trox die wir töten müssen und vier Zähne zufall ich glaube nicht ja die Illuminaten werden sich natürlich hier wieder getriggert fühlen aber was für Zufall also hast du schon mal Bücher gelesen naja gut ich habe natürlich alle ja allo genau alle Aluhüte in allen Größen das war für mich tatsächlich gerade ein Zungenbrecher muss man auch mal so sagen manchmal bin ich echt der King im Verhaspeln wenn mich Leute fragen was kannst du gut ich kann mich gut versprechen und ja das ist so wirklich so eine Stärke von mir die mich selber nervt und ja gleich ist es dann auch oft mal eine Schwäche okay aber jetzt Trash beiseite wir haben hier jetzt noch einen Splittersteintrock und dann können wir uns wieder zu dem Hauptmann glaube ich war das begeben und das Ganze den ganzen Spaß hier abgeben aber vorhin brauchen wir jetzt noch einen Zahn wer könnte mir hier einen Zahn geben ich bin hier die Zahnfee hier auf Azeroth bitte einmal Zahn hier ist auf keinen Fall was ja dann werde ich mich in die Höhle begeben eigentlich wollte ich das nicht aber ja ja eigentlich wollte ich nicht ja ich bin nicht so einer aber ja jetzt gehe ich doch in die Höhle rein und werde hier den bestmöglichen Trock einfach mal seine Zähne ninjern ja das könnte schon der letzte sein ich hoffe mal obwohl die droppen eigentlich recht schnell ja sagte er und sie droppen nicht ich will aber jetzt auch nicht so in die ganze Höhle reinlaufen das ist mir jetzt so ein bisschen zu anstrengend ich mag hier so an der frischen Luft sein und deswegen gehe ich jetzt hier noch raus und schaue einfach wie konnte ich den übersehen ist der hier gerade gespawnt oder war der vorher schon da ja man weiß es nicht aber zack gib mir einen Zahn ja genau so stelle ich mir das am besten vor und wir können uns zu dem Hauptmann begeben und das ganze abgeben kriegen wir wieder 2700 EP wie bei der anderen Quest glaube ich auch ja und 5 Silber ich laufe schon wieder ich laufe schon wieder irgendwo aber eigentlich bin ich schon wieder nüchtern eigentlich ne auf keinen Fall also ich muss ganz ehrlich sagen um die Uhrzeit zu spielen ja das ist einfach nur herrlich so man denkt sich man geht schlafen aber dann denkt man sich so warte mal ich ich hab da was verpennt so naja so nur 7 Monate ah ja das Let's Play ja ok das könnte ich dann wieder mal hochladen hier haben wir ein Eichhörnchen springe ich hier mal gekonnt drüber ich muss auch mal sagen das Schild müssen wir auch endlich mal wieder upgraden weil das ist ja wirklich also Freunde ich meine es ist ja irgend so ein Plagiat hier sieht ja eh schon fast schon wieder so aus wie ein Aluhut aber auch nur mit viel Fantasie aber deswegen spielen wir ja WoW denn da haben wir reichlich Fantasie und wir geben jetzt noch die Quest hier ab kriegen wir auch noch etwas obwohl mich das Ganze so ein bisschen triggert wenn man Teile bekommt die man eigentlich schon hat aber immerhin ist es ein Upgrade und das nehmen wir doch gerne mit und Inventar voll ich dachte es mir schon fast und hier ist ein Schmied da können wir mal reparieren und hier so ein bisschen verkaufen was haben wir hier ja das ist okay das kann man eigentlich alles weghauen ja hier haben wir sogar die Hose von vorhin die werden wir aber jetzt auch verkaufen wie sonst eigentlich auch alles aber ja gut das reicht eigentlich vielleicht oh 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 das habe ich ja ganz übersehen wir haben hier sogar ein Item ja vor sieben Monaten bekommen vielleicht auch schon viel früher aber da war wir in den Kommentaren nicht so aufmerksam das könnt ihr mir ja gerne reinschreiben weil ich sowieso hin und da etwas lost bin so dann geben wir den ganzen Spaß hier ab hier kriegen wir unsere EP und jetzt kriegen wir endlich unsere Schuhe und nehmen aber auch noch die Quests hier an für nächstes Mal und da erwartet uns ein Gürtel also auf jeden Fall wieder reinschauen Kappa also gut dann schauen wir uns das an und schaut das gleich aus ich denke schon ja schaut gleich aus naja Frechheit Frechheit naja ich möchte das Ganze jetzt nicht negativ abschließen er sieht auch schon so als würde er gerne hier so einen Joint rauchen also auch schon so richtig verwirrt so ja na gut also bevor ich hier jetzt abschweife bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Part und ich wünsche euch eine schöne Woche auf Wiederschauen und äh